servus grüß und hallo da sind wir wieder auf meinem kanal mit planet alpha für die switch wie man sieht wir finden uns immer noch auf der oberwelt und versuchen uns jetzt hier irgendwie durch zu vorstellen wo es mit unserem langen weg hingeht weiß ich nicht okay das war dumm runter zu springen warum unter krammeln soll lieber besser ist es noch nicht was wir hier machen sollen direkt war echt abgespacet cool aus hier alles so das war jetzt kommt gleich unsere konstellation und die untere noch in zwei ja jetzt wieder müssen was von der karte und wissen dann ungefähr wie weit die gekommen sind bringt uns insofern war es und wir wissen ungefähr wie weit das spiel auch geht die geräute mann man sieht einiges weiter gekommen ist und sich alles angucken wissen wir nur wie weit wir sind aber gut so weiß ich ja man auch den einzelnen ort wieder zurückbiegen kann sich hier ich glaube nicht gut ob ich dann die hälfte unserer reise haben wir geschafft und jetzt ist die andere helfer dran bis jetzt waren die rätsel also gar nicht so schwer oft eigentlich nur ein hindernis weil man nicht genau sehen konnte was man machen sollte ansonsten fand ich das eigentlich gar nicht so schwer die besten levels für mich war immer noch die die besten levels waren für mich immer noch der ist immer noch dieses schwerelose level wo man so richtig schön springen muss richtig spaß wenn ich was die nacht da sind jetzt das weilen denn die schießen so wie es machen muss soll es sich fallen lassen du heini also nicht warum lässt er sich nicht fallen warum lässt er sich einfach fallen scheißen wir dabei angeschossen das auch dumm gut jeder uns was hier welche richtung geht soll Okay Na Hat das auch ein bisschen Dampf Dass man vielleicht mal ein bisschen schneller sein muss Hey Was denn? Der Durchlauf? Alter, der speedet er vom Ab Achtung Ah, kann man höher springen Ah, wie abgeschwäst ist das denn? Also die Kraft der Natur nutzen Das ist ja, das ist ziemlich cool wieder Immer wieder was Neues ist man entdeckt Oh Was wie ein Raumschuss da oben Nämlich nutzen die Tiere hier in der Natur aus wahrscheinlich Oh Da würde ich sagen, haben sie ihn einfach mal zerstört Die Tiere Der Natur Oh Oh Warum lässt er sich denn nicht fallen? Darf ich ihn mal runterfallen lassen? Oh Da kann ich mal gleich weiterspringen Schön sie natürlich die extrem kurzen Ladezeiten Oh 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 uh Oh Oh mal schnell okay welche roboter wahrscheinlich kommen ach so ja ich muss jetzt der zyklus was diese dinger da können weiß ich noch nicht aber daraus kommen wahrscheinlich diese blöden roboter wieder der kaputt sind alle kaputt hier diesen schleim anscheinend nicht so durch immer mit wenn er auf konnte wahrscheinlich mit mit ihr nehmen bestimmt auch müssen wir irgendwas ich müsste etwas damit hier oben mitmachen aber muss ja auch nicht wieder runter das geht auch gespaced Ja. Nein, ich schießt auf mich. Nein, ich mache das nicht, aber ich schießt auf mich. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Was soll man denn hier machen? Was soll hier passieren? Oder Roboter? Ich hätte gedacht, da müsste ich das Ding da hinten abschieben. Okay, es ist da oben, aber... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist nicht immer alles zu steuern kann hier gut jetzt noch hier rechts hier aber hier hätte ich gar nicht hin sollen wenn wir da mal runter holen der seite müssen wahrscheinlich laufen nein dumm um die plattform noch mal her morgen da im sara gota online ist Untertitelung des ZDF, 2020 ach mach ich jetzt da Ich bin im Wind. So. Okay. Der fällt mich gleich plat. Okay, dann muss ich wahrscheinlich da hin. bleiben da ist es da los die verdammte blume ab das muss ich über mich rüber schleudern lassen mich hinter ihm umkommen der fest ist mich ja auch so weit gefahren ist er tun verständlich oder jetzt und los da ist wieder so ein roboter schießt durch die gegend und hoffen dass er sich abschießt die ersten pilze erreichen müssen ach so kein speed gas und es ist nicht draußen ja okay jetzt macht man ein vieler und der pilz ja nicht raus na so nach dieser sequenz höchere auf selbst bemüdet bin wie ich denn mal drauf da was muss ich da muss ich runter den tag an der die ganze von unten bekommen das ist noch bergab eine gute rutsch partie und eine andere richtung die ganze oberanfang ist ja gut hat er gar keine zeit die hintergrunde anzugucken ist ja eigentlich ganz geil aus der hintergrund alles eigentlich schafft man das alles gar nicht weil man sucht darauf konzentriert sein muss dass man hier nicht runter fällt das würde ich mir gerne mal so wischen so hinten rum angucken gut gut geschossen wie man sieht interessieren die sie interessieren sich gar nicht für mich gut ist der hat sich doch für mich interessiert hier ok der wurde wir hinkommen wie man sieht sind ja mehrere menschen immer gewesen den es mal was passiert wir hoffen dass uns mal nichts passiert schon sehr gut aufpassen sich gar nicht ok das war's aber ich würde sagen wir hören doch mal hier auf lang genug und wir testen nachher wie beim nächsten folge geht vielen dank fürs zuschauen bis dahin bis dahin